Ich unterstütze, auch ich unterstütze, ich unterstütze, ich unterstütze die Frauen im Iran. Weil die Stimme von jeder Frau Gehör verdient, weil keine Frau zum Schweigen gebracht werden darf und weil Gott auf die Stimmen der Unterdrückten besonders hört. Weil Frauen überall auf der Welt das Recht haben, frei und selbstbestimmt zu leben. Weil ich glaube, dass Religion Menschen befreien soll und nicht unterdrücken. Weil auch meine Freiheit einen bitteren Beigeschmack hat, denn anderswo in der Welt die Freiheit von Frauen unterdrückt und ihre Würde mit Füßen getreten wird. Da wird der Name Gottes missbraucht, um Menschenrechte, um Diversität, um Freiheit zu unterdrücken und ganz besonders die von Frauen. Weil Frauenrechte Menschenrechte sind und weil Freiheit, Würde und gleiche Rechte allen Menschen zukommen, überall auf der Welt. Weil ich überzeugt bin, Gott will nicht, dass in Gottes Namen Frauen unterdrückt, ihr Leben beeinträchtigt und ihre Freiheit zerstört wird. Weil wir nicht aufhören dürfen hinzuschauen. Die Menschen im Iran brauchen für ihren Kampf um ihre Menschenrechte, um Würde und Freiheit, unsere volle Solidarität. Und sie müssen wissen, dass wir nicht wegschauen, dass wir sie erkennen und dass wir an ihrer Seite sind. Und sie müssen sie nicht wegschauen.